Es ist ein Fall, der eigentlich nicht zu lösen ist. Barschel? Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Wir haben wegen des Verdachts auf Mord ermittelt über Jahre. Aber was, wenn man plötzlich den Schlüssel in der Hand hält? Sie wissen also, wer Barschel getötet hat und können es bewegen? Sie haben keine Ahnung, was ich jetzt für Sie riskiere. Borowski und der freie Fall. Sonntagabend im Ersten. Sonntagabend im Ersten.